Ja, hi und herzlich willkommen zurück hier bei Mafia 3. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es geschnitten habe, ob ich jetzt hier wirklich rausgekommen bin oder nicht, aber hey. Ist ja erstmal unser Gebiet, wa? Oder unser, was heißt unser Gebiet? Unser neuer Laden. So, aber, aber wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns. Ich muss erstmal gucken, wie hier, wo, wie komm ich denn hier wo raus? Da steht doch Exit, oder? Jo. Ja, ja. Ah, okay, gut, das geht auch. Gut, für vielleicht später zu wissen. So, die Sache ist, nein. Ich wollte gerade sagen, wo haben wir denn hier was? So, warte auf Donovan. Cassandra, was, was, teils Vodoladen, teils Hauptquartier, äh, ja, okay. Was ist das? Semispa. In Brieftasche lagere es. Ja gut, dann, dann werden wir erstmal. Ich meine, ich werde das sonst sowieso vergessen, ne? Dass ich mal vielleicht ein bisschen... Wird doch bestimmt keiner... Wird sich doch bestimmt keiner gerade aufregen, oder wenn ich hier mal eine Karre mitnehme. Ähm. Jupp. Boah. Ja, sorry, ah... Also, es muss nicht unbedingt ausbleiben. Ich meine, es wird da eh jedes Video geklämt, aber, äh, ja. Ich hab's ja schon 50 Mal erwähnt. Man muss ja nicht. Man muss es ja nicht, äh, gerade. Ne? Darauf beschwören. So, die Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kohle bloß brauche, um mir vielleicht neues Zeug oder so zu kaufen. Das ist ja relativ teuer. Äh, und gerade am Anfang würde ich das ganz gerne vielleicht noch nicht machen wollen. Kam ich da so rein? Ich meine, wir sind ja hier in der Bar. Aber es wäre halt... Ne. Ah, doch, ich komm hier vorne rein. Es wäre halt vielleicht ganz cool, wenn man sein Geschäft noch irgendwie ausbauen könnte und dafür neues Zeug irgendwie kaufen müsste oder so. Sowas in die Richtung. Also, neue Gebäude oder so. Dafür würde ich es dann wahrscheinlich eher ausgeben, wenn das denn geht. Ich weiß es nicht. Jo. Ne. Wir packen mal die ganze Geschichte drin hier. Ja. Einfach nur mal sicher zu gehen. Wie ich die ganze Geschichte raushole, müsste ich ja auch mal gucken, ne? Wenn ich Kohle brauche, noch... Noch, ist ja... Komm, am Anfang des Spiels brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Mal gucken, wenn wir da mal eine Million zusammen haben, werden wir vielleicht mal drauf zurückkommen. So, na dann. Was ist Heroin? Dennoch, wenn hat die... Was sind Erfahrungen gebracht? Wer den Heroinhandel in Holo kontrolliert? Naja, dann kann ich mal ausschalten, oder? Ich bin auch bloß gespannt, wie lange wir mit unserem ersten Stadtteil brauchen und wie es dann weitergeht. Also... Ich meine, wir wollen ja alles unter Kontrolle bringen. Und im Endeffekt, wenn wir Dings hier... Wie heißt er? Ich würde ihn gerade Zajiri nennen. Nein. Ähm. Den Don der Stadt sagen wir es mal so. Wop. Werden wir ja sowieso am Ende kalt machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber bis dahin können wir ja uns hier ein bisschen austoben. So, na dann. Ja. Warten wir mal auf Donnerville. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen? Ja. Das Heroin, das von der Dixi-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie-Kind Kate. Aha. Und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixi-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für du, wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Baudot läuft über ein normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Uh. Aber wenn du mir ein paar aufreibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschweinen leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf. Nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser. Beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnippen. Nicht so gefasst. Der Dreck schweigt in meinem eigenen Land. Ich glaub's nicht. Scheiße, Mama. Okay, noch eine Runde Verwanzen. Kenn ich hier. Aber ich wollte gerade sagen, ich kann mir gar nicht bewegen. So. Um Geschäfte zu verbanzen, brich Verteilerkasten auf, die du überall in der Stadt findest. Okay. Ein Geschäft zu verbanzen hilft immer, wenn Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsbruster anwerben. Okay, ganz cool. Aber da werde ich ja wie... Ich kenn mich doch. Ich werd doch nie drauf achten. Wie ist es doch? Aber, ich mein, hab ich denn genug Wanzen überhaupt? Ja, toll. Durch Abhören erhältst du Positionen der Gegner auf der Minikarte. Sonderziele und Sommerabgift. Es ist möglich, dir zudem Geschäftsbruster anzube... Ja, das hatten wir doch schon. Also mehr oder weniger. Sobald ein Stadtteil verwandzt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen, auch hinter Ecken oder Mauern und derzeit verwandster Geschäfte zu sehen. Drücke Optionstaste und die Garte zu öffnen und dann... 3, glaub ich. Um Abhörgeräte in Verteidigerkästen einzubauen, brauchst du TL-Sicherung. Ah, das, was wir schon gesammelt haben. Sammeln solche Sicherungen, die in ganzen... Ja, das haben wir schon. 12 haben wir ja. Okay. Was ist denn mit ihr? Ich will halt darüber immer über auf die Karte gehen, ne? Okay, da haben wir Dings. Was ist das? Sonderwinnen? Seine Augen und Ohren offen. Wir müssen erst mal darüber, oder? Zur Befragung. Ja, das hat er, das hat er schon mal... So, jetzt hab ich's markiert. Ähm. Das hat er schon mal super funktioniert. Ich muss jetzt mal... Ich werd da während der Fahrt nicht auf Verteilerkasten achten. Ganz ehrlich. Obwohl. Warte mal ganz kurz. Ich denke, von hier tun sie es... Warte, ich hoffe, das stört keinen. Aber hier ist halt Geld drin. Verdeckte Annäherung. Äh... Vorbeistecken, bevor du den Kampfstoß benutzen. Jo, warte mal. Dann sollte ich vielleicht mal... Ja, schön, dass hier keiner ist. Oh Gott, das hat er in den Grauen. Kannst du sagen, hier... Aber hier ist wirklich keiner, oder? Okay, dann holen wir uns doch mal ein bisschen Kohle. Wenn die von hier operieren... Und hier sowieso keiner ist... Ich mein, die brauchen's ja nicht mehr, ne? Ups. Du wurdest mir aber nicht angezeigt. Ja, hat er super funktioniert, von wegen. Das wird keiner mitkriegen, oder? So. Wir machen uns mal von dann. Und wir gehen mal ne Runde vorhören. Ich mein, Kleinfeld macht ja auch Mist, ne? Ja. Und wie wir gelernt haben... Ich muss das nicht an ebenem Ort machen. So, aber ich muss gucken, dass ich die Sicherung weiter sammle. Wird wahrscheinlich besser sein. Also hat's doch von vornherein was gebracht. Siehste, bei Donovan ist auch noch irgendwie ne Sicherung, aber die ist... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, mein Fehler, mein Fehler. Ich weiß nicht, ob die im Hotelzimmer ist. Lass mich mal raus hier, Kollege. Ja, ja. Bloß wenn die ja so viele sind, das könnte so ein Problem werden. Da ist nix mit befragen. Wenn die sich... Warum treten die auf die... ...auf die Dings ein? Ja, aber... Ja, das wissen wir. Oder jage ihn zu seinem Auto und fahre wie ein Verrückter. Was? Um Informationen aus ihm rauszukitzen, isoliere... ...einen Informanten von seiner Crew oder jage ihn zu seinem Auto und fahre wie ein Verrückter. Hm... Wo kommt der Typ her? Das ist überhaupt ein Malz, Kirche. Oh, ne, Mann, Marsch. Was zum Hacker machst du? Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Ich mach mal einen. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Alter, wo ist denn der? Wann, wo bist du, du Penner? Entschuldigung. Ich hab den halt nicht gesehen. So, warte. Wir brauchen noch... Ich würde sagen, du brauchst nicht mehr rum. Rum... Äh... Hat das mitgenommen? Ja. Okay. Okay, Theorie zerstören. Ja, ich und Befragung ist halt... Ist aber schön... Ist aber schön, dass da, äh... Anscheinend keiner hinter denen steht und... Da keiner was machen will, wenn wir einfach so reinlatschen. Na gut, mal gucken, mal gucken, wie viel das Heroin bringt. Ich mein, vorher brauchen wir uns bei Dings ja gar nicht melden. Die Sache ist, ich hab's ja immer so... So gehandhabt von wegen halbe Stunde. Wenn jetzt aber so ein Auftrag wesentlich länger dauert... Also Stundenfolgen werde ich nicht machen. Hatte ich zumindestens nicht vor, ne? Aber warum muss ich denn? Kann ich nicht eigentlich hier direkt rein? So. Aussteigen. Und dann mal gucken, was geht hier. Okay. Wo ist denn hier das Geld? Ist das hier drin? Hä, hier war doch gerade noch ein Geldsymbol. Warte mal. Okay, rein kann ich nicht. Kann ich hier überhaupt über die Mauer? Ja, toll, weil da Zinken sind, kann ich da nicht drüber springen? Oh. Hab nix gesagt. Da sind zwar auch Zinken, aber ich werde doch bestimmt hier rüber kommen, ne? Ganz zufälligerweise ist da ein Weg frei. Okay. Waffenschrank. Medizinsschrank. Und das, ich keine Ahnung, ob ich da einen Zeitsensor oder irgendwas auslösen muss. Oder ob ich, also... Normalerweise abfackeln, ne? Molotov guckt da rein, gut ist. Warte, den sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Gut, die unterhalten sich. Und hier ist ja eh keiner drin, ne? So, leg die mal wieder hin. Okay, ich hab schon drei. Ich wollte gerade sagen. Nein, warte mal. Ist da keiner drin? Der wird doch das mitkriegen, wenn wir hier einbrechen. Oh, Kacke. Na toll. Ja, Sonderziele sind Mitarbeiter und Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um diese Geschäfte zu schaden. Solche Sonderziele werden auf der Erkanal-Symbol ihres Geschäfts markiert. Okay. Ihr Sonderziele besitzt Informationen über seinen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit dem Geschäft zufügen kannst und deine finanzielle Belohnung. Schau dir das Ziel auf deinen Plan an und Wege bei deinem Angriffsplan erst Risiko und Nutzen gegeneinander ab. Ja, jetzt bin ich ja schon mal hier. Die Sache ist bloß. Weil die hier alle halt nackt sind, Mann. So, ich hoffe, die verpieseln sich. Alle. Ich meine, ich habe nichts gegen Titten, aber trotzdem. Das ist... Obwohl, die Schrotflinde behalte ich, glaube ich mal. Die müssen ja auch raus, wenn ich hier anfange, alles abzufackeln. Und das ist ja... Ja, wie YouTube. Das ist zwar nicht Hauptteil des Spiels, aber trotzdem, ne? Das ist... Man nach... Ich habe keinen Bock, rum zu zensieren. So, das Ding ist... Das Arschloch ist bereit fürs Leidenschaft. Ja, Wachposten. Ja, okay. Hätte ich doch draußen erst mal. Und die kommen rein, ne? Aber vielleicht habe ich Glück und die kommen... Die kommen hier alle schön nacheinander reingelatscht. Ah, toll. Alter! Scheiße! Und jetzt kommt trotzdem Verstärkung, ne? Okay, da ist noch wer. Der ist aber draußen. Der ist an uns allen. Wahrscheinlich ist er längst weg. Sie meinen nach, ob er immer noch da drüben ist. Wir finden dich, Schwanzdutscher. Darauf kannst du giftig... Oh, ich bin die Zähne los. Schau doch mal genau da los. Okay, der ist hier hinter. Wo ist denn der? Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn der, der ist hier hin? Hier ist der Ende, du Stimmscheiße! Warte. Wo würde denn der hingehen? So, haben wir jetzt Ruhe? Ich glaube, wir haben Ruhe. Bin mir nicht so ganz sicher. Jo. Aber warte mal, hier ist noch irgendwo... Ich würde gerade sagen, hier liegt noch irgendwo Geld rum. Jo. Ein bisschen was mitgenommen. Und wie mache ich das jetzt? Wie viel hat das jetzt gebracht? Scheiße, habe ich gar nicht drauf geguckt. Tausend. Okay, okay. Ich nutze sie ja eh nicht so oft. Ist jetzt nicht so schlimm. Da müssen wir aber jetzt überballern. Morddorf-Cocktail würde wahrscheinlich Ersel machen. Hier haben wir aber sonst nichts weiter, ne? Nö. Okay, easy. 5-9 brauchen wir noch. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe da drüben doch noch was gesehen. Ich weiß nicht, ob das mit dazu gehört. Aber auch von der Theorie her. Und da geht der Verbeizkasten wieder. Komischerweise. Jo, gehört dazu. Okay, vielleicht geht er doch nicht so richtig. Die Grünen... Okay, da ist noch Kohle. Aber... Was meinen die denn mit den Grünen? Oh. Sehr schön. Die Autos oder... Nee, die Autos können es nicht sein. stehe ich gerade nicht so wirklich. Haben wir noch was auf der Karte, wo wir es machen können? Ah, okay, okay, okay. Ja, natürlich. Okay, es scheint, scheint, guten Pumps zu haben. Okay, ja, ich habe gesehen, ich habe da noch Geld übersehen, aber... Das würde das Kraut auch nicht mehr fett machen, oder? Wir schauen einfach mal. Mal gucken, ob wir die nächsten reinholen können. Beziehungsweise, wenn wir noch eine Befragung haben... Naja, wenn es für das Geschäft besser ist, im Endeffekt... Ich glaube, dann alles anwerben, oder? Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Der ist doch mit Sicherheit wieder nicht allein. Doch ist er. Naja, mehr oder weniger. Kommt der gerade raus? Oder geht der gerade aufs Klo? Das Problem ist, wenn ich das in der Bar mache... Ja, okay, der latscht immer nur hin und her. Toll. Toll. Komm, komm, komm. Die skandierten Viva Vietkong und verbrannten ein Bild von Onkels... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich wollte erst mal aus der Gegend raus. Und waren das jetzt zwei, die ich kalt machen konnte? Weil wenn das so ist, dann muss ich halt Bäder, ne? Ist klar. So, wir sind... Oh, Schwein gehabt. Bin da relativ safe. Oh, nein. Ich hab halt die Bullen da in Lust gesehen. Das ist das letzte Mal. Ich schwör auf meine Mutter. Mich herein natürlich nicht. Wohl, vielleicht komm ich von oben rein. Der ist ja direkt hier drin. Warum ist denn der jetzt blau? Was macht 10 plus 5? Verdammt. Shit. Vielleicht über... Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir über die Tür kommen. Äh. Okay, gut. Alter, wie komm ich denn da rein? Also, ich hab jetzt nicht die Tür gesehen. Deswegen... Okay, der hinten auch. Äh, natürlich. Ich brauche, denke ich, bloß den Wachposten hier weg, der mich jetzt wahrscheinlich sieht. Okay, da scheint die nicht zu jucken. Warte mal, ich will kurz mal auf der Karte gucken, weil wir hier noch einen Typen haben. Äh. Würde ich ganz gerne auch noch kalt machen. Aber jetzt muss ich erstmal vernünftig hier rauskommen. Okay. Oh, wir haben bloß noch die drei, ne? Der kriegt eh nichts mit. Nein, 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 du druff da, Mann! Oh, Junge, warum hat das so lange gedauert? Oh, Junge, warum hat das so lange gedauert? Wissen du überhaupt. Das ist gut zu wissen. Shit. Äh. Na toll. Wo bist du, Sack? Was ein Arsch. Okay, nee, weil ich hab hier noch irgendwas gesehen gehabt. Also, ja, nee, die Schallplatte eigentlich nicht. Hä, hier war doch noch irgendwas, was ich gerade anzünden konnte. Sonst hätte ich das weg... Ach da, oder zerstören konnte. Kann ich das eigentlich auch... Okay, kann ich so nicht machen? Lol, davon reichen auch zwei. Toll. Na toll. Na toll. Wo ist denn jetzt meine Karre? Äh, na toll. Und wo kommen die? Stand die hier nicht noch auf und weiß rum? Wow, 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 wow. Oh, leck mich. Warum mussten die direkt jetzt so kommen? Äh. Pisst euch. Scheiße. Toll, und mein Ziel ist gleich um die Ecke. Äh. Ich würde jetzt so gerne aussteigen und mich irgendwo verstecken, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, ne? Oh nein, jetzt haben die... Okay, warte. Nein! Okay, ungünstig. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu verdächtigem Verloren. Hier komme ich auch nicht rum. Boah, scheiße. Ach, leck mich. Shit. Ich wollte mich eigentlich in den Dings verstecken. Ich mach ihn alle. Mutter, Söhnchen. Götiger, sieh mich weg. Lass mich das überlegen. Wollen wir ihn etwa zuerst schießen lassen? Ha. Gerade mal in Deckung. Ist mir fast. Moment. Leute, wir drüben. Ich reiß dich in Stücke. An alle Einheiten. Suche nach verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Zube einstellen und Streifendienst fortsetzen. Hat funktioniert. Okay, gut. Dann wollen wir jetzt endlich mal zu... Ja doch. Ich will das was wählen. äh, zu Donovan zurück, ne? Wenn wir jetzt hier eh safe sind. Aua, aua, aua. Och, leck mich. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich bin zwar über Rot gefahren, aber scheint es okay zu sehen. Gut, na dann. Herr Donovan, ich hab alles gemacht, was du gesagt hast. So. Gib mir was. Ja, deshalb hab ich den anderen Orexer noch rausgestellt. Ich hab den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto, tötet sie, der Herr wird die seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknappst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Seine Infos sind auf dem neuesten Stand. Erst du zurück ins Motel? Ja, nice. Ja, nice. Okay, denk dran, dass du vor kurzem die Kirche verwandt hast. Daher hast du nur die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht der Ertrag des Geschäfts erhöht. Naja, dann anwerben, ne? Wollte ich ja sowieso machen. Darf ich hier, ohne dass mich jemand... Jo. Dann zwar Wachposten. Ist die Tür hier zu? Ja. Aber komm ich da überhaupt rein? Warte mal. Ja, natürlich, komm ich mal hier durch. Oh leu, warte mal. Hä? Hä? Ist halt komisch, weil... Ich war ja schon drin, ich hab alles schon gesäubert. Aber ich muss ja, glaub ich, eh von vorne... Warte mal. Alter. Auch wegen dir ein bisschen... Strübschuldigung. Komm ich da manchmal von oben rein? Warte mal, ich will mal was probieren. Vielleicht gibt's da irgendwie eine Dachluge oder so. Okay, hier gibt's erstmal Geld, das ist schön. Was ist denn der? Okay, doch, es ist hier drin, aber ich muss halt erstmal einen Weg irgendwie reinfinden, ne? Das Fenster wird's ja wahrscheinlich nicht einfach gehen. Oder? Das hören die doch. Nee. Nee. Hier hinschocken. Ja, die hängen alle vom Vordereingang rum. Ich wollte halt versuchen, mal da leise reinzukommen. Okay, wie war denn das? Nee. Ja, natürlich. Wir haben gleich alle drei oder was? Kommt einer? Ja. Ich mein, wenn ich... Das dauert zwar ein bisschen, aber das ist, glaub ich, die safeste Geschichte. Okay, er verpieselt sich. Er kommt. Hier ist er. Holt die noch. Er ist genau da... Ach, bereit. Na, super. Nein, hängen hocken, hängen hocken, Mann. Du musst kurz Munition wechseln. Ähm. Heilen. Wo bin ich? Wo bin ich denn? Heilen! Och, jetzt hat mir nicht das Spiel so eingefroren. Ich bin tot. Toll. Weil, eh... Ich wollte halt einfach nur Sneaky rein. Ich dachte, der kommt noch um die Ecke. Ich wusste ja nicht, dass der mich dahinter sehen kann. Also, machen wir genau doch mal das Gleiche, was wir gerade eben hatten. Bloß, dass wir da ordentlich reinwollern. Ich hoffe bloß, ich hab genug Muni dabei. Das hab ich jetzt natürlich nicht mehr beachtet. Weil, wenn ich jetzt bloß noch fünf Schuss hab' oder so, ist halt scheiße. Okay, aber von hier aus bin ich ja nicht rein, ne? Wie bin ich denn da gerade eben reingegangen? Ich war doch hier irgendwo. Das war irgendwie über den Mülltonnen. Alter, jetzt kommt... Och, weil hier ein paar Stacheln sind, Alter. Ach doch, jetzt hab ich wieder voll. Hihihihi. Oder soll ich meinen Weg gleich so? Okay, ist irgendwie keiner. Ja, jetzt geh' ich aber nur durch die Kirche. Das wollte ich ja eben nicht. Moment. Äh. Was? Wo? Oh. Oh. Ganz ruhig. Ach, super. Doch, jetzt... Warte mal, doch. Ich bin richtig. Mann, ich wollte doch halt... Ich wollte ihn ja nicht kalt machen. Deshalb hab ich auf ihn ja eingeschlafen. Ach, Dreck. Sag mal... Oh nein, das hab ich auch fast vergessen. Ey, weil ich hab grad geguckt. Ich war da irgendwas mit 5000 oder so. Und jetzt hab ich jetzt auf einmal bloß noch 3000 gehabt. Das hab ich ja vollkommen vergessen. Obwohl ich schon Bock hätte, einfach so reinzugehen, ne? Ach, Menno. Ja, 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 ich verliere mal die Hälfte. Toll. Das ist echt super. Der sieht mich ja nicht. Ich geh' nochmal denselben Weg wie vorhin, ne? Dass ich da nicht einfach rein kann. Ich geh' jetzt mir so einfach machen können, weißt du? Ich geh' jetzt mir so einfach machen können. Das hat was. Und die Scheiße, dass wir dauernd angegriffen werden, nicht aufhört. Wird mein Sohn am Ende irgendwie anders genannt. Nee. Das Problem ist, muss der Eindruck, wird mich gleich sehen, ne? Wir müssen schon auf. Wir sehen. Hä? Ich. 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 Ich will ihn ja nicht killen. Komm, komm, komm. Bitte nicht töten. Okay. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay. Klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Okay. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Nennen Sie Ihren Namen, bitte. Fürs Protokoll. Donovan, John. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969. Ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 1961. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Himong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben.